Den hat sich unsere Firma zum Wahlspruch gemacht. Fort mit dem Steilmann. Er steht mit Joll in den Lettern und den Büchern, die im Rüberklausel. Den ist von Parolen, mit der er will siegen oder untergeben. Ja, natürlicherweise zieht der Geil Westinghauser, in dem, dass er glaubt, dass um diesen Ochsen keine weitere Unvollsichtigkeit sich passiert. Ich bin das halt am Hinternhefer, auch wenn ich schon ein wenig möge. Ich hab' noch anders schon gleich gar nicht. Und dass du vielleicht jetzt mal ein Geld mit heimbringst, nicht wie du das letzte Mal. Ja, etwas bleibt schon. Ja, etwas. Eppes, dann mach ich auch etwas. Und ich darf mich da schon schammer und bitten für die schöne Geld. Du, du, du meinst, oh, du erzählst. Aber die tun sich jetzt nicht direkt über mich. Die wollen am 6. Oberbohlen. Ich hab' jetzt ganz schön Geld drauf. Ich glaub, der, der kann den in Gezinger Jager. Ich sag' ihm immer los. Der ist ja nicht großartig. Nein, der ist überhaupt nicht großartig. Der ist ein ganzer Arsch-Geschänder-Lacker. Lassen Sie ihn bloß mit ihm in den. Die dürfen halt nicht. Oh, bist du da? Du planteter, Miskobi Barron, du schnädelter Egel in der... Wo war der Luft, wo war der? Du Bars in der Luft, g'seig da. Ich kann das recht hilfst. Oh, hey. Ja, freiwillig. Hütschau. Hey. Hütschau. Schau da, Harf. Ich weiß ja selber, Jubeuer, aber schau. Aber ich hab's noch nicht verstanden, wo ich mir die Gerte zeigen hätte. Hab' ich mir halt das Lied frei. Hat es nicht in richtigen Temperatur, sagt er. Dieser Stall ist zu warm. Ach was, sag' ich. Meine Kühe, die andere bringen, die ist so recht. Wenn die Kühe mit 6-Stand-Main kann ich nicht nur künftig sein. Ihr hat es nicht in richtigen Temperatur, ist da immer so eine Glasel. Da sag' ich auch was, was man in die Kühe haben, aber kein Blüder. Wenn ihr mit 6-Stand-Main dafür sorgt, dass... Anno, dieses Tür hat ein schönes Alter. Wie will gibt dieses Tür Milch? Dein Luchs. Ja, sag' ich, leid gern' den mal, a werden's gleich sehen, wie er's für e'g'speisige Milch da steht. Do, ich schau. diese Tür hat ein schönes Alter zur Erbung der Viehzug. Ich will endlich Ruhe aus, wir sind hier nicht im Wirthaus. Eine Unterhaltung ist überall in der Lage. Soll's denn nicht? Ich danke dafür. Und ich buch. Und überhaupt, werd' ich kontrollieren lassen, ob Sie beide in der ersten Klasse fahren dürfen. Ich zähl'n es auch schon. Und überhaupt, bekümmert der eine Rote ist gar nicht. Der geht in den Zürich. Mal mal was. Und ich bin äh, ich bin sci-fi. Und ich bin ... ich bin schon schrecklich mit ihm. Und ich bin auch, Ja, gewinert der Erste, ich weiß, der sei in Ordn, nicht ich, uhrlechtlich. Naja, ich bin ja, der Erste, die Preise. Ha, 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 ha. Und da, ihr, ort hier, die eigentlich lachen, zum birthdays. Wir stehen da jetzt nur.